Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte, schrieb Heinrich Heine. Der Dorotheen städtische Friedhof befindet sich an der Chausseestraße im Berliner Bezirk Mitte, in direkter Nachbarschaft zum einstigen Wohnhaus von Bertolt Brecht. Eingefasst zwischen uralten Friedhofsmauern und Häusern ist er ein Ort der Hochkultur. Außerhalb tobt das quirlige Großstadtleben Berlins, aber hier in der Friedhofsoase ist es ruhig und besinnlich. Die Wege und Gräber sind übersieht mit bunten Herbstlaub und die Oktobersonne leuchtet die Grabanlagen stimmungsvoll aus. In diesem Haus wohnte und arbeitete Bertolt Brecht von 1953 bis zu seinem Tod am 14. August 1956. Und das in direkter Nachbarschaft der Philosophengräber von Fichte und Hegel. So wird auch Brecht an einem so schönen Oktobertag wie heute durch diesen Hausflur gegangen sein, um auf der rechten Seite den Dorotheen städtischen Friedhof zu besuchen. Der einflussreiche Dramatiker und Düriker Bertolt Brecht war mit Helene Weigel verheiratet. Die Ausbeute seiner intellektuellen Schaffenskraft lieferte Stoff für zahlreiche Bücher und Theaterstücke. Seine Texte und Stücke wie die Drei Groschen Oper und Mutter Courage und ihre Kinder sind bis heute von zeitloser Aktualität. Brecht wünschte sich ein eher schlichtes Grab. Ich benötige keinen Grabstein, soll er mal gesagt haben. Aber wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich es stünde drauf. Er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift werden wir alle geehrt. Brecht starb 58-jährig an einem Herzinfarkt. Helene Weigel starb am 6. Mai 1971. Hier ist ein besonderes Herzinfarkt. Spaziergang über den dorotheenstädtischen Friedhof wird man von der Statue Martin Luthers begrüßt. 1762 wurde der Friedhof angelegt, mehrmals vergrößert hat er eine Ausdehnung von 30.000 Quadratmetern. Ihm schließt sich der französische Friedhof an, auf welchem ab 1780 Berliner Huguenotten begraben wurden. Das ganze Viertel ist durchdrungen vom Geist der Geschichte. Die dahinter befindlichen Gebäude der berühmten Charité bestätigen den Eindruck eines geschichtsträchtigen Ortes. Der einstige Bundespräsident Johannes Rauh nahm zu Lebzeiten an einer Führung durch den Kirchhof teil und soll sehr begeistert gewesen sein. Nur hier wollte er sich nach seinem Tod am 27. Januar 2006 beerdigen lassen. Ja, genau der Erfinder der Litfaß-Säulen. Schon zu Lebzeiten erhielt er den Beinamen Reklamekönig. Litfaß zählte zu den erfindungsreichsten Köpfen des 19. Jahrhunderts. Er war Druckereibesitzer, Verleger, Erfinder und Publizist. Was viele nicht wissen, Litfaß war auch bekannt für sein soziales Engagement. Er organisierte Veranstaltungen wie Konzerte und Feuerwerke, um verwundeten Soldaten und Hinterbliebenen finanziell unter die Arme zu greifen. Er war beliebt. Die erste Reklamesäule wurde am 15. April 1855 in der Münzstraße in Berlin errichtet. Das ist in der Nähe vom Alexanderplatz. Dort steht heute noch eine Litfaß-Säule als Denkmal. Die Idee mit den Werbesäulen brachte ihm ein Vermögen ein und hat heute noch in der zeitgemäßen Weiterentwicklung Bestand. In ganz Deutschland existieren noch so an die 67.000 Litfaß-Säulen. Das Prinzip ist geblieben, wenn auch die Werbesäulen moderner geworden sind. Hans Wall Der Unternehmer Hans Wall war ein Glücksfall für Berlin. Hans Wall liebte seine Stadt und tat sehr viel für Berlin. Das betrifft nicht nur seine Produktion von Toilettenhäuschen, welche in der Stadt verteilt waren. Als Mäzen unterstützte er Projekte und soziale Einrichtungen. Gleichsam war er Vorsitzender eines Vereins für Denkmalpflege. Im Jahr 2000 erhielt er für sein ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Auch die jüdische Gemeinde ehrte ihn für sein Eintreten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Friedrich August Stühler war ein bedeutender preußischer Baumeister. Als Sohn eines Pfarrers studierte er an der Berliner Bauakademie. Zeitweise war er sogar Mitarbeiter des berühmten Architekten seiner Zeit, Karl Friedrich Schinke. Stühler kann sich mit großen Bauwerken schmücken. Das Schloss Stolzenfels in Koblenz, das neue Museum auf der Berliner Museumsinsel und viele andere Bauwerke im In- und Ausland wurden von ihm entworfen. So sind die Stilrichtungen durch eine Reise nach Italien und Frankreich Anleihen italienischer und französischer Baukunst. Stühler hat es weit gebracht und wurde zum Hochbauinspektor, Hofbaurat und Direktor der Schlossbaukommission ernannt. Der bekannteste Architekt jener Zeit war wohl Karl Friedrich Schinkel. Neben seinen zahlreichen Bauten schuf Schinkel auch Werke als Maler, Bühnenbildner, Innenarchitekt und Designer. Er entwarf für die königlichen Schlösser sogar Möbel. So war er nicht nur Stararchitekt, sondern auch auf anderen Gebieten sehr begabt und gefragt. Seine Bauwerke prägen heute noch das Stadtbild Berlins. Er war der Gründer der Borsigwerke in Berlin. Das Unternehmen stellte vor allem Dampflokomotiven her und war in Europa der größte und weltweit der zweitgrößte Lokomotivenlieferant. Schon 1854 wurde die 500. Dampflokomotive von seinem Unternehmen gebaut. Anlässlich der Feier hierzu wurde Borsig zum geheimen Kommerzienrat ernannt. Dass dies ein historischer Friedhof ist, beweist auch das Grab von Christian Rauch. Genauer gesagt Christian Daniel Rauch. Die wenigsten werden ihn kennen und doch war er ein ganz großer, ein großer Bildhauer im 19. Jahrhundert. Noch heute kann man seine künstlerischen Arbeiten auf den Straßen und Plätzen bewundern. Zu seinen Hauptwerken gehörte unter anderem das Reiterdenkmal für Friedrich den Großen unter den Linden. Rauch galt als bedeutendster Vertreter des deutschen Klassizismus und Begründer der Berliner Bildhauerschule. Wie Daniel Rauch gehört auch er der Berliner Bildhauerschule an. Sein bekanntestes Werk thront über dem Brandenburger Tor. Es ist die Quadriga von 1795. Diese Porträtstatuette von Schado aus Zinkguss mit seiner zeitgenössischen Tracht mit Zirkel und Meiße wurde von seinem Schüler Heinrich Kehler modelliert. Umsäumt ist die Grabanlage mit einem sogenannten Eselsrückengitter, welches 2013 saniert wurde. Otto Sander. Er war ein Schauspieler und Synchronsprecher. Ein Charakterkopf mit sonorer Stimme. Seine tiefe Stimme war sein Markenzeichen. Sander selbst bezeichnete sie als tief, sanft und gut abgehangen. Im Film Der Himmel über Berlin von Wim Wenders begegnete er uns als Engel. Am 12. September 2013 nach einer Krebserkrankung verstarb Otto Sander und wurde zum Engel. Seine markante Stimme ist uns aber geblieben. Frank Bayer war einer der bekanntesten Filmregisseure der DDR. Auch im Westen genoss er hohes Ansehen. So wurde er 1990 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet und ein Jahr später erhielt er das Filmband in Gold. Zahlreiche Ehrungen und Preise wurden Bayer in Ost und West zuerkannt. Von Bayer stand der SED-Führung immer mehr skeptisch gegenüber und weil er eine Petition gegen die Wolf Biermann Ausbürgerung unterschrieben hatte, kam es zum Bruch mit der SED. Die Arbeitsmöglichkeiten im DDR-Staat wurden drastisch eingeschränkt. Auch das Grab von Johann Gottlieb Fichte und seiner Frau befindet sich auf diesem Friedhof. Fichte war ein deutscher Erzieher und Philosoph. Er gilt neben Hegel als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen philosophischen Idealismus. Fichte studierte Theologie und Philosophie. Er arbeitete kurzzeitig für seinen Unterhalt als Hauslehrer, lehrte später auch an der Universität in Berlin. Und hier endet meine Information über Johann Gottlieb Fichte. Ich möchte gar nicht erst versuchen, mich aufs komplizierte philosophische Glatteis zu begeben. Wer sich für die Philosophen der deutschen Geschichte interessiert, kann sich bei Wikipedia umfangreich informieren. Werke wie Transit und das Siebte Kreuz bescherten der deutschen Schriftstellerin Anna Segers Weltruhm. Als Jüdin und überzeugte Kommunistin ging sie 1933 ins Exil nach Mexiko. Nach Kriegsende kehrte sie am 22. April 1947 nach Ostberlin zurück. Und zum Schluss müssen wir uns noch mit diesem ungewöhnlichen Grabmal beschäftigen. Es ist das Grab des Künstlers George Tabori, 1914 in Budapest geboren, im Juli 2007 in Berlin gestorben. Tabori war Schauspieler, Sprecher, Schriftsteller, Dramatiker und Theaterregisseur. Er wollte aber lieber Spielmacher genannt werden. Während seines USA-Aufenthalts arbeitete er auch als Drehbuchautor mit Alfred Hitchcock und Bertolt Brecht zusammen. 1971 kehrte Tabori nach Europa zurück. Stationen waren das Wiener Burgtheater und seit 1999 das Berliner Ensemble. Tabori galt im Alter als dienstältester Theatermacher der Welt, ein wahrer Theaterkönig. Tabori galt im Alterkoni Tabori galt im Alterkoni